muss ich meine Pläne schriftlich aufschreiben. Aber Achtung, nicht nur einmal oder einmal im Jahr, nicht mal einmal im Monat reicht das, sondern ich muss sie jeden Tag präsent haben. Wusstest du, dass ich eine Fabrik habe, die aus meinen Ideen, aus meinen Wünschen, aus meinen Träumen wirklich handfeste Erfolge baut? Ich möchte dir heute zeigen, wie du diese Fabrik auch für dich nutzen kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP-Sieben-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich habe das Vorrecht, in meinem Leben einige großartige Dinge erreicht zu haben. Ich habe sieben Spiegel-Bestseller, zwei Welt-Bestseller geschrieben. Eins meiner Bücher ist empfohlene Pflichtlichtüre für alle chinesischen Schüler aus einem Buch. Es ist ein Musical in Korea gemacht worden, das 700.000 Kinder gesehen haben. Ich konnte Seminare vor über einer Million Menschen halten. Ich habe eine Million Menschen, die mir folgen auf Social Media. Das ist eine ziemlich lange Liste. Aber weißt du, alle diese Erfolge waren zuerst in meinem Kopf. Und da waren sie gar nicht strukturiert. Und wenn sie dort in meinem Kopf geblieben wären, wäre niemals etwas Großartiges daraus geworden. Da wäre nichts draus geworden, wenn sie da drin geblieben wären. Als ich 27 Jahre alt war, hatte ich ein Durchbruch-Erlebnis. Ich habe etwas gelernt, was mein ganzes Leben verändert hat. Ich war auf einem Seminar und abends bin ich feiern gegangen. Das habe ich damals immer so gemacht. Ist vielleicht nicht schlau, aber ich habe mich dann sehr frei gefühlt. Und als ich dann morgens vom Feiern zurückkam, da wollte ich noch schnell im Restaurant von dem Hotel einen Kaffee trinken, etwas frühstücken und mich dann vielleicht eine halbe Stunde hinlegen, um dann ins Seminar zu gehen. Ich gehe also in das Restaurant und da sehe ich den Trainer. Übrigens ein richtig cooler Typ. Und er saß da ganz still in einer Ecke im Frühstücksraum und hat geschrieben. In so einer Art Buch mit einem Füller. Und aus irgendeinem Grund habe ich dem zugeguckt. Das war etwas Magisches. Ich kann gar nicht sagen, warum. Der war irgendwie ganz in seiner eigenen Welt. Und dann bin ich zu ihm gegangen, weil ich wissen wollte, was schreibt der da. Und hat mich dann eingeladen, mich zu ihm zu setzen. Und er hat dann noch einen Moment weitergeschrieben, so drei, vier Minuten. Und ich habe einfach fasziniert zugeguckt. Hat mir dann erklärt, er hat ein Integralsystem. Indem er sich dann jeden Tag bewusst macht, was seine großen Ziele sind und was er speziell an diesem Tag tun kann, um diese großen Ziele zu erreichen. Das habe ich alles damals nicht behalten. Zumindest nicht alles, was er mir erzählt hat. Aber ein paar Dinge waren mir danach plötzlich klar. Das ist ja Lerne. Dass wir etwas ganz Wesentliches verstehen und spüren. Ich habe erstens gespürt, wenn ich Erfolg haben will, muss ich meine Pläne schriftlich aufschreiben. Aber Achtung, nicht nur einmal oder einmal im Jahr, nicht mal einmal im Monat reicht das, sondern ich muss sie jeden Tag präsent haben. Immer morgens, damit ich meinen Tag in die Richtung lenken kann, wie ich diesen Tag haben möchte. Zweitens habe ich gelernt, wer morgens keine Routine hat, wer sich also auch nicht mit seinen Zielen beschäftigt, der hat kein eigenes Leben. Lass mich das nochmal sagen. Wenn du keine Morgenroutine hast, hast du kein eigenes Leben. Du bist dann immer versucht, das zu tun, was andere dir sagen. Oder was der Zufall gerade so mit sich bringt. Wir brauchen eine Routine, in der uns klar ist, das will ich heute tun. Und in der mir auch klar ist, das sind die Gründe, warum ich das tun möchte, tun werde. Und ich weiß auch, in welche Richtung mich das führt, weil ich mich ja für diese Richtung entschieden habe. Das Dritte, was ich damals begriffen habe, ist Don't only think it, ink it. Ich muss es also auch aufschreiben. Ink it ist ein Wortspiel mit Tinte. Ich habe dann mein eigenes Journal entwickelt. Und dieses Journal, das ist die Mischung aus einem Zeitplaner und einem Journal. So etwas, was mir bei allem, was ich tue, immer wieder in Erinnerung ruft. Hey, das ist mein großes Ziel. Dann weiß ich, was mein Fixstern ist, an dem ich mich ausrichten kann. Und ich habe dann eine ganze Zeit nach so einem Journal geführt und ich habe es nicht gefunden und habe ich es eben selber geschaffen. Und das erste Journal, in Anführungszeichen Journal, war einfach ein Blatt, das ich so jeden Tag benutzt habe. Das habe ich mir kopiert, damit ich diesen Rohling immer wieder hatte. Und dann ist mit den Jahren dieser Planer, dieser Chancenplaner daraus entstanden. Das ist die Heimat für meine Träume. Das ist die Heimat für meine Visionen und die Heimat auch für meine schwachen Wünsche, von denen ich manchmal gar nicht genau weiß, dass ich sie habe. Und in diesem Planer werden auch aus meinen schwachen Wünschchen große Ziele. Dieser Planer ist eine Fabrik für Gedankenfetzen, für Träume, für Wünsche, die mir oftmals gar nicht bewusst sind, von denen ich gar nicht richtig gewusst habe, dass ich sie habe. Aber sie wurden mir sehr wohl bewusst, als ich sie aufgeschrieben habe. Und in diesem Chancenplaner ist dann daraus etwas Großes entstanden. Du kannst sagen, dass alles, was in deinem Kopf und in deinem Herzen ist, aus all dem macht dieser Chancenplaner etwas Großes. Und ab dann ist alles, was in meinem Kopf war, was in meinem Herzen war, in diesen Planer gekommen. Auch wenn ich gar nicht so richtig wusste, dass es in meinem Kopf war. Und in diesem Planer hat es Form angenommen. Alles, was ich erreicht habe, kommt aus diesem Buch heraus. Lass mich dir einige Beispiele aus unterschiedlichen Lebensbereichen erzählen. Ich war ein Chaot in Beziehungen, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, mit der ich jetzt seit 16 Jahren zusammenlebe und total glücklich bin. Vorher habe ich gedacht, ich muss meine Traumfrau kennenlernen, meine Königin. Und dann habe ich begriffen, ich muss selber ein König werden, um eine Königin anzuziehen. Und ich habe dann geplant, wer ich werden will und wie meine Beziehung aussehen soll. Angefangen habe ich diesen Planer einfach nur, weil ich vermögend werden wollte. Ich war damals pleite, wollte vermögend werden. Damals mit 26 Jahren war ich pleite. Mit 27 fing es mir an, ein bisschen besser zu gehen, aber ich war halt noch nicht reich. Aber sehr schnell habe ich es dann auf die anderen Lebensbereiche erweitert. Es sind ja insgesamt fünf. Unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, unsere Emotionen und unser Job. Wo ich leben will, habe ich geplant. Meine Immobilien auf Mallorca, das ich damals gekauft habe, Florida, Haus am See, Bürohaus, die Firma. Alles, alles, alles kommt aus diesem Chancenplaner heraus. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sind mir leicht gefallen, weil ich durch diesen Planer einfach wusste, was meine Werte sind. Denn wer seine Werte kennt, dem fallen Entscheidungen leicht. Auch meine Arbeit, wie sie aussehen soll, wo ich arbeiten will, auch ganz wichtig. Was ich arbeiten will, wann und auch wie viel. Ich habe diesen Chancenplaner kreiert. Und die Wahrheit ist, wir alle wollen doch aus unseren Chancen Erfolge machen. Wir wollen, dass Erfolge daraus werden, dass wir erfolgreiche Beziehungen haben, einen erfolgreichen Job, ein erfolgreiches Leben. Und dieser Planer ist meine einfache Strategie für Erfolg und Glück. Er ist die Strategie von tausenden unserer Kunden. Das wird auch deine wichtigste Gewohnheit werden. Es wird die Gewohnheit werden, die auch dein Leben verändert. Das wird auch ihr wichtigste Vorfahren sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017